Jetzt nehmen wir auf, ne? Scheiße. Alles normal, Mann. Wenn man hier unten reingeht, das machen wir nochmal. Außer läuft die Kamera nicht, verdammt. Outtelling, ja gut. Alles auf einmal. Moin zusammen und willkommen zu einem neuen Q-Check. Audi Q4 e-tron. Ja, MEB Basis, 300 PS, Allradantrieb und die große Batterie natürlich 82 kWh brutto, 77 kWh netto. Das weiß schon jeder. Aber wie das Ding in der Qualität jetzt abschneidet, das habe ich natürlich gecheckt. Das Ergebnis habe ich hier und das gucken wir uns jetzt mal an. Also, ab geht's. Der Audi Q4 e-tron, der läuft in Zwickau vom Band. Genau mit dem ID.3, dem ID.4, dem Cupra Born auch. Jetzt, ich will dir gerade, was kommt da noch von der Reihe. Ist egal. Der Enyaq zum Beispiel wird aus Tschechien kommen oder kommt aus Tschechien. Aber mich interessiert natürlich, wie gut die Deutschen jetzt inzwischen im Zwickau auch in der Lage sind, den Q4 in diesem Fall zusammenzuschrauben. Also, wie immer, habe ich drei Fehlerklassen. Ich kann schon mal vorwegnehmen, das ist jetzt kein großer Spoiler. Der hat keine FK1, also keinen groben Schnitzer, womit man zur Werkstatt müsste. Ansonsten gibt das Ganze, was ich hier aufgeschrieben habe, eine Summe und damit landet der in meiner Liste an einer Stelle vorne, Mitte, hinten. Das werden wir dann sehen. Das spoilere ich jetzt mal nicht. Und was ich dann dazu gefunden habe, das zeigen wir euch jetzt. Ich fange wie immer im vorderen Bereich an. Wir gehen einmal ums Auto rum. Danach machen wir das Ganze von den Klappen. Das heißt, Türen, Heck, Klappe und auch hier vorne die Haube. Ich mache hier einmal auf, zeige euch, was ich da gefunden habe. Und am Schluss geht es nochmal in den Innenraum. So, und dann lasst uns jetzt einfach mal starten. Q4 e-tron Kuzek. Im vorderen Bereich, der Q4, der hat eine hochkomplexe Motorhome, muss man schon sagen. Sie ist hier oben aufgesetzt auf dem Kutflügel und läuft dann hier vorne so weit rein, dass sie dann hier innen liegt sozusagen. Also nicht mehr aufgesetzt ist, sondern innen liegt. Das führt dazu, dass ich hier zwar einen gleichmäßigen Spalt habe, aber einen Versatz habe. Der zum Beispiel, und das hat der auf beiden Seiten hier einen Unterstand ist zum Kutflügel von 1,2 mm auf beiden Seiten. Also genau hier in diesem vorderen Bereich, wie hier in diesem vorderen Bereich. Dadurch, dass das auf beiden Seiten jetzt so gleichmäßig ist, wollte ich da jetzt, weil es über 1 mm ist, keine FK 2 verteilen. Weil es vielleicht auch so sein soll. Ich kann es mir einfach nicht vorstellen. FK 3 habe ich deswegen genommen. Und ja, ich habe mir auch mal die Haubeneinstellmöglichkeiten angeguckt. Da kannst du gar nicht so viel machen. Insofern, ich glaube, das geht tatsächlich nicht besser. Aber er hat hier zu den Kutflügelspitzen hier auf beiden Seiten einen Unterstand von über 1 mm. Der nächste Punkt, ich habe hier schon meine Fühlerlehre in der Hand. Das hier ist so ein 0,1 mm Blättchen. Also das ist wirklich ganz, ganz dünn. Damit gucke ich immer, ob zwischen dem Stoßfänger vorne, der aus Kunststoff ist und dem Kuhflügel hier, der aus Metall ist, ob ich hier eine Anlage habe. Hier kann ich noch durchziehen und zack, hier bleibe ich stecken. Nochmal für euch so. Und dann bleibe ich hier stecken. Das heißt, in diesem Bereich unten habe ich, es läuft leicht keilenförmig zu, habe ich eine Anlage. Und das ist eigentlich nicht ideal. Hintergrund, da könnte es scheuern. Ein Fahrzeug bewegt sich, die ganze Karosserie bewegt sich natürlich. Und es könnte hier scheuern und das könnte Rost verursachen. Also könnte ganz klar, ob es so ist oder nicht, das weiß man nicht. Das wird man in ein paar Jahren sehen. Aber normalerweise sollte hier das ganz kleine Blättchen durchpassen. Da habe ich auch eine FK3 für gegeben. Und dann haben wir letzten Endes hier das sogenannte Kledding hier. Das ist hier diese, ja, es ist keine Kotflügelverbreiterung, aber es ist irgendwo etwas, wo so ein bisschen der SUV-Look auch natürlich dargestellt wird von Audi. Das Ganze ist gesteckt hier an der Seite und hier sehr labil. Wir haben hier eine Trennung von dem vorderen Kledding zu dem hinteren Kledding. Und hier, das ist, als wenn es nicht richtig verrastet ist. Ich habe aber schon gedrückt und alles, also da kann man auch nichts verrasten. Das ist tatsächlich einfach hier so ein bisschen labil. Übrigens auf der anderen Seite links ist es überhaupt nicht so schlimm. Ja, also das ist für mich also wirklich auch gar nicht schön. Und deswegen FK2. So, kommen wir mal zur Seitenansicht des Fahrzeuges. Was wir hier einmal übrigens sehen, die Felgen. Die sind jetzt neu im Zubehörprogramm. Zehn Speiche in schwarz für den Q4. Die könnt ihr ab sofort übrigens bestellen. Ist eines der ersten Fahrzeuge, die ich überhaupt auf diesen Felgen sehe. Das für Rückfragen. Aber wir wollen ja eigentlich über die Qualität reden. Zum Beispiel schuppiger Aufbau. Ich habe es zum Beispiel auch immer wieder bei Facebook jetzt gerade gelesen. Da beschwert sich jemand, dass das übersteht oder das bei den Türen übersteht. Kinder, das erkläre ich gerne noch zehnmal. Der muss über dem stehen und der muss über dem stehen und die hintere Tür zur Seitenwand muss auch überstehen. Warum? Damit es hier keine Windgeräusche gibt. Der Wind läuft ja hier lang, würde auf eine Kante treffen und sobald es da irgendwo zu Verwirbelungen kommt, auch hier in diesem Bereich, würde das für Windgeräusche sorgen. Und wenn ihr zum Beispiel im Regen fahrt und das Schmutzwasser langläuft, das würde genau sich hier an den Kanten, würde das dann hängen bleiben und würde hier so schöne Schlieren ziehen. Das will keiner. Deswegen baut man die Türen schuppig auf. Die müssen überstehen. So, darum geht es jetzt aber gar nicht. Ich habe es nur nochmal erwähnen wollen. Es geht um den Spaltverlauf senkrecht hier der Türen. Die sind absolut gleichmäßig. Was aber auffällt ist, wir haben hier 3,5 Millimeter. In diesem Bereich hier unten geht der richtig auf. Wir haben hier unten auch so ein Plastikcladding oder wie ihr das nennen möchtet. Typisch e-tron vom Design her. Finde ich absolut gelungen. Aber der Spalt hier, der ist riesig. Also ich möchte nicht von einer Wurfpassung reden oder so weiter. Ja, aber da kannst du wirklich sonst was reinwerfen. Dahinter ist zum Beispiel auch ein Aufkleber an der Tür. Wo zum Beispiel, was steht da eigentlich drauf? Ach, das sind hier. Da ist die Fahrgestellnummer drauf und alles. Und da kann man durchgucken auf diesen Aufkleber gucken. Das ist so breit. Das sind über 2 Millimeter Unterschied von dem zu dem normalen Spaltverlauf hier. Habe ich aufgeschrieben. Und zwar nenne ich das ganze Seitenschwellerspalt 2 Millimeter im Plus zu dem Spalt der Tür. Und damit auch eine FK2. In Summe muss man sonst sagen, macht Audi hier einen Top Job. Also mir gefällt es total gut, wie hier der Bordkantenzierstab sitzt. Total gleichmäßig im Spaltverlauf. Auch die Türeinstellung in der Höhe. Also im Z-Bereich. Total gleichmäßig. Haben sie richtig gut gelöst. Also das ist das, was man eigentlich von einem deutschen Premium Hersteller erwartet. Das sieht wirklich alles tippitoppi aus. Auch hier oben das EPDM. Also das ist so ein Kunststoff hier oben. Das ist sehr, sehr schön. Nicht wellig. Also das ist echt schwer hinzubekommen. Aber auch das ist Audi hier sehr, sehr gut gelungen. So, im Bereich des Hecks haben wir einmal die sogenannte Königsfuge. Das ist hier die Fuge, die hier senkrecht runter läuft. Die Heckklappe zur Seitenwand mit der geteilten Rückleuchte jetzt hier. Die sollte auf beiden Seiten rechts, links gleichmäßig sein. Das hat Audi sehr gut hinbekommen. Also da gibt es gar nichts zu meckern. Was Audi nicht ganz so gut hinbekommen hat, das ist ein Versatz. Und zwar haben wir hier einen ordentlichen Versatz. Und zwar ist die Heckklappe hier nahe zu plan. Von den Rückleuchten und auch hier unten in dem Bereich. Hier unten aber, hier haben wir einen richtigen Versatz. Also da kann man von hier auch auf die Kante drauf gucken. Und was habe ich hier aufgeschrieben? Heckklappe Rückleuchtenversatz von 2,5 Millimeter. Also das ist wirklich schon allerhand. Die ganze Heckklappe steht im Prinzip, ich versuche das mal eben so ein bisschen zu zeigen, so verdreht. Hinten im Fahrzeug drin. Hätte ich gar nicht gedacht, dass sowas überhaupt von einem deutschen Hersteller noch mal passiert. Weil 2,5 Millimeter ist schon jede Menge. Okay, damit sind wir im Prinzip auch schon einmal um das Auto herum durch. Weil auf der anderen Seite hier gibt es nicht wirklich viele Themen. Wir haben vorne auch im Bereich des Kotflügels und des Frontstoßfängers auch einen Nullspalt. Also da klemmt es genau auf der anderen Seite auch. Das habe ich hier auch nochmal aufgeschrieben. Aber zum Beispiel ist unten auch der Spaltverlauf der Senkrechte unten zu der Verbreiterung absolut gleichmäßig. Das heißt hier auf der linken Seite sieht es dann besser aus als auf der rechten Seite. Und somit kommen wir jetzt zum ganzen Thema Klappen und da gehen wir wieder vorne ans Auto. Okay, fangen wir mal bei der vorderen Tür rechts an. Und das leidige Thema PVC-Blasen habe ich lange nicht mehr berichten müssen. Weil es gab keine PVC-Blasen, aber der deutsche Hersteller enttäuscht nicht an der Stelle. Und die ersten PVC-Blasen, die haben wir dann eigentlich nicht wirklich sichtbar für den Kunden sofort. Aber wenn die Tür offen ist, dann kann man es erkennen, es ist im oberen Bereich hier eine, ein dicker Radar. Und im unteren Bereich hier haben wir auch PVC-Blasen. Das sind jetzt dadurch, dass es in einem sehr versteckten Bereich ist hier an der PVC-Naht der Tür, habe ich eine FK 3 gegeben, aber sie sind halt vorhanden. Und da muss man schon fast sagen leider, weil das Thema ist nicht zu Ende. Das gucken wir uns jetzt an. Leider haben wir nämlich im Bereich der Heckklappe jede Menge PVC-Blasen. Das muss ich euch jetzt auch mal eben leider zeigen, weil das ist nicht wirklich schön. Dazu nehme ich mal eben die Hutablage hier so ein bisschen raus. So, und jetzt haben wir hier, fängt es an, einmal an dem oberen Bereich hier, genau im Sichtfeld, aber auch noch viel, viel, viel schlimmer, ich gucke hier auf zwei dicke Blasen drauf. Wenn ich dann da schon mal drauf geguckt habe, gucke ich automatisch auch, okay, das ist auch nicht so schön. Aber hier, hier ist sogar eine geplatzte Blase, das ist gar nicht toll, also das sieht richtig schitter aus, sorry für das Wort. Und dann geht das hier auch noch weiter und wenn ich dann hier gucke, dann haben wir hier auch eine richtige Blase, die sieht fast sogar offen aus. Das heißt, da könnte durch Kapillarwirkung tatsächlich sich auch Wasser reinziehen und dann so ein bisschen Rost auslösen. Da ist auch ein kleiner Punkt. Ja, gerade in Summe deswegen auch, weil diese eine Blase hier aussieht, also wenn sie offen wäre, das müsste man dann vielleicht nochmal gucken, bin ich jetzt hier bei einer FK2 in Summe, einfach weil es hier auch noch eine offene Blase gibt und die Häufigkeit an PVC-Blasen hier im Bereich der ganzen Heckklappe sind dann doch so viel, dass ich eine FK2 gegeben habe. Wenn wir schon mal bei der Heckklappe sind, dann gucken wir uns auch nochmal die sogenannten Verstreichumfänge an. Verstreichumfänge das ist, es werden hier Roboternähte gelegt, einfach zum Abdichten und so weiter und da wird im Auslauf, wird hier so ein bisschen verstrichen. So, das hat man eigentlich in vielen Fahrzeugen, das sind händische Arbeiten, das heißt, da ist ein Facharbeiter und der streicht tatsächlich das mit dem Pinsel weg. Hier ist so ein bisschen rau, also das fühlt sich nicht gut an. Wir haben hier so ein paar unschöne Verstreichumfänge, hier auch, auch in dem anderen Bereich, hier oben, hier, das sind, also da bleibt man wirklich mit dem Finger dran hängen und wenn man dann so ein bisschen sich den Bereich hier hinter der Heckklappe anguckt, das zeigen wir uns ja nochmal im Close, da hat er einfach keinen guten Tag gehabt, weil das sieht wirklich ein bisschen spannend aus hier und man sieht es tatsächlich auch bei der geschlossenen Heckklappe, auch bei der offenen, wenn ich von hier aus komme, man fasst auch drüber, man kann sich so ein bisschen auch den Finger so ein bisschen dann aufreißen, wenn man sich ein bisschen ungeschickt anstellt. Auch das habe ich dann mit einer FK3 jetzt hier bewertet, weil diese ganzen Verstreichumfänge und so weiter, das geht besser, ne? So, ähm, gucken wir mal eben unter die Haube, ähm, MBB, da gibt es keinen Frank, da könnt ihr meckern wie ihr wollt, es gibt keinen Frank bei MBB, das ist einfach so. Und die, also, ach, das ist auch, pff, die fichte Tonne, ey, echt, das ist lustig, ordentlich ein Kamenzmann. Ähm, was will ich euch hier zeigen? Im Prinzip haben wir hier, ähm, eine ohne Klarlack versehene Motorhaube, keine Dämmung drauf und so weiter, sieht eigentlich alles ganz schick aus, aber das ein Thema, und das habe ich auch gedacht, was ist denn hier passiert? Das ist im Bereich hier vorne der Schlossschraube vom Kotflügel, wo er hier am, ähm, am Grund, am Grundträger des ganzen Fahrzeuges befestigt ist. Und das sieht aus, als wenn man da Rost übergemalt hätte oder so. Äh, das verstehe ich nicht. Da muss man da wirklich mal, ich weiß nicht, was es ist. Ihr seht das im Close, ähm, ist einfach nicht schön, gibt auch eine FK3 einfach, und somit können wir uns jetzt nur noch auf den Innenraum konzentrieren, weil das war im Außenbereich alles, was der Audi so im ersten Ansatz hatte. So, und damit kommen wir jetzt zum Innenraum, und im Innenraum gibt es gar nicht viel zu meckern, da gibt es gar nicht viel, ähm, zu finden. Außer, und natürlich finde ich auch solche Sachen. Wir haben hier den Haltegriff, und im Haltegriff hier, da ist ordentlich was an Himmelstoff eingeklemmt, das wählt sich richtig doll hier, ähm, ist auch nur auf der linken Seite hinten hier der Fall. Das sieht auf jeden Fall nicht schön aus, habe ich auch eine FK1 für gegeben. Und was viel schlimmer ist, wir haben hier Stoffsitze drin, ja, wir haben Stoffsitze. Kein Naturprodukt, also Leder. Und dazu rutsche ich mal beiseite. Der wirft hier Falten, in diesem Bereich sind Falten zu sehen, und ganz schlimm unter der Kopfstütze hier, also das sind richtig Riefen sind das schon, ähm, die kann man auch nicht wegstreichen oder so, die kommen immer wieder. Finde ich bei Stoffsitzen ganz, ganz, ganz ungewöhnlich. Habe ich so auch bewusst noch nie gesehen. Ist auch nur auf der Seite hier links, auf der rechten Seite. Sieht alles gut aus. Warum auch immer. Lasst uns mal ein bisschen über die Qualität im Innenraum reden. Also was meine ich? Haptik und Optik. Wir haben grundsätzlich hier nichts mehr mit einem MEB gemeinsam. Das heißt, die beiden Displays sind hier schön im Cockpit integriert. Einmal der Hauptscreen hier und natürlich die Tachoeinheit. Das steht also nicht so wie beim ID.4 und beim ID.3 separat und schwebt, sondern ist schön integriert. Auch fällt auf, dass es sich hier tatsächlich um das Audi MMI handelt und eben nicht über das von VW bereitgestellte System. Ansonsten Haptik und so weiter. Das Lenkrad oben und unten abgeflacht. Finde ich sehr, sehr, sehr schick übrigens. Aber es ist einfach Mode. Klavierlack im Mittelkonsolenbereich hier, die so ein bisschen frei schwebt. Auch sehr schön gestaltet übrigens. Und hier auch am Türeinleger haben wir auch nochmal Klavierlack. Das ist halt einfach so eine Geschichte. Da wollen sie heute nicht drauf verzichten. Und ihr habt die Fingerabdrücke sofort drauf, wenn ihr ein bisschen fettigere Finger habt oder so weiter. Ja und seid ständig am Wischen. Warum man das macht? Ich weiß es nicht. Von den Materialien ansonsten. Ja, hier ist so eine leichte Carbon-Optik. Das gefällt mir ganz gut. Und auch hier im oberen Bereich. Das ist alles hinterschäumt. Das heißt, wenn ich hier rein drücke, seht ihr das? Das kann man richtig so. Richtig schön weich ist das. Haben wir hier oben auch. Richtig schön weich. Was ganz ungewohnt ist. Hier in diesem Bereich ist das auch hinterschäumt und weich. Und dann haben sie hier oben aufgehört. Also das ist nicht mehr so weich. Es ist nicht ganz so knüppelhart wie beim ID.3. Es ist auch schöner genarbt als beim ID.3. Aber es ist halt irgendwo noch immer... Hier ist es ganz schlimm. Hier ist ID.3. Warum macht man das? Ich verstehe es nicht. Hier ist wieder Stoff drin. Aluminium. Und ansonsten, ich finde es ein bisschen aufgeräumter als im e-tron GT. Den habe ich ja so ein bisschen kritisiert. Das wisst ihr dafür, dass er drinnen sehr, sehr unaufgeräumt war. Aber auch hier sind ganz viele verschiedene Formen, die sich überlagern, Ecken und Kanten und so weiter. Also das ist so der Style, den Audi im Moment im Innenraum gerade bei den e-tron Modellen hier so ein bisschen zeigt. Aber sei es drum. Völlig okay. Ansonsten beim Lenkrad haben wir viele Ähnlichkeiten jetzt auch wieder zum Thema ID im Prinzip. Also Sensortasten überall. Auch im Dach die Beleuchtung und so weiter. Alle Sensortasten. Allerdings haben wir hier im Lenkrad nicht die Bedienung des Tempomaten und so weiter. Dazu haben wir unten einen Extrahebel. Und er hat hier natürlich auch die Pedals zum Einstellen der Rekuperation, die es ja leider bei VW nicht gibt. So what? Also ich mag sie total gerne, diese Pedals. Warum VW darauf verzichtet, weiß ich nicht. Sitze. Total gemütlich. Schön ausgeformt. In diesem Falle die Sportsitze mit der integrierten Kopfstütze hier. Hat einen ganz kleinen Nachteil, wenn ihr auf den Beifahrersitz zum Beispiel einen Kindersitz setzen wollt, dann ist diese vorgeneigte Kopfstütze hier der Kindersitz dann dementsprechend im Weg und sorgt dafür, dass er sich nur äußerst schlecht einbauen lässt. Ja, was gibt es sonst noch zu sagen? Also ich fühle mich hier am Fahrerplatz beim Audi e-tron total wohl. Richtig schön. Und mit 300 PS geht das Ding auch richtig gut vorwärts. Das könnt ihr mir glauben. Aber heute geht es um die Qualität und um die Haptik. Und da sind sie bei Audi gewohnt schon, eigentlich ganz weit vorne. Wie gesagt, sonst im Innenraum ganz, ganz, ganz wenig Nachlässigkeiten. Ich habe nahezu nichts gefunden. Dazu musste ich schon wirklich auf sowas hier gucken im hinteren Bereich. Ihr habt es ja gesehen. Das können sie und das haben sie auch sehr, sehr gut gemacht. So und damit kommen wir jetzt zum Fazit des Audi Q4 e-tron auf MEB-Plattform. Übrigens, ich finde, er hat wirklich wenig MEB-Eigenständiges. Wenn man das hier so sieht, das Fahrzeug, der sieht komplett aus wie ein Audi. Und nicht irgendwie. Ich finde, all die 4 und N-Jagd, das sieht man so ein bisschen, die Verwandtheit. Das haben sie hier sehr, sehr gut gelöst hier. Auch unten mit den Applikationen und so weiter. Ich mag das Auto richtig gerne und jetzt gibt es das Ergebnis aus dem Q-Check. Also, wir haben in Summe 31 Punkte. Das ist aufgeteilt auf 1, 2, 3, 4, 5 mal die Fehlerkategorie 2, die 5 Fehlerpunkte gibt. Und dann kommen nochmal 6 aus der Kategorie 3 dazu. Die gibt jeweils einen Punkt. Das sind dann diese 31 Punkte. Damit landet der Audi Q4, und das ist jetzt wirklich interessant, mit 31 Punkten punktgleich beim Kona 64. Der hat aber weniger Fehlerkategorie 2, dafür mehr im Dreier. Also mehr leichte, weniger schwere Fehler und deswegen nicht dahinter dem Kona. Und direkt von meinem ID.3 First, der aus dem gleichen Werk stammt. So ein Zufall aber auch, ne? Ja, was möchte ich damit sagen? Es ist im hinteren Mittelfeld auf jeden Fall. Ich hätte jetzt fast schon gehofft, dass er ein bisschen besser abschneidet. Weil die haben ja auch jede Menge gute Fahrzeuge inzwischen produziert. Ne, das ist ein gutes Fahrzeug. Ich will jetzt hier nicht sagen, dass es ein schlechtes Auto ist. Nein, überhaupt nicht. Aber er hat so ein paar kleine Nachlässigkeiten, möchte ich es mal nennen, die eben zu diesem Ergebnis geführt haben. Und ihr wisst, wie ich prüfe. Und alle Autos sind gleich. Und ich prüfe alle Autos gleich. 31 Punkte ist das Ergebnis aus dem Q-Check. So. Last but not least, möchte ich euch nochmal eben dazu aufrufen, wenn ihr jetzt Fahrzeuge habt. Also, ich hätte unheimlich gerne den Ioniq 5 Enyaq. Da wurde ich schon angeschrieben, da muss ich auch selber nachhaken. Das tut mir leid, dass ich das noch nicht getan habe. Und wenn ihr sonst irgendwie Interesse habt an dem Q-Check. Ich bin hier in Berlin, manchmal in Bremen. Und da kommen wir dann sicherlich auch zueinander. Also, give me a call oder schreibt an schwungvoll at iCloud.com. Oder über die ganzen sozialen Netzwerke, so wie es hier gemacht wurde. Da wurde ich auch angeschrieben über Instagram oder so weiter. Insofern, ihr seht, da kommt man ganz schnell zusammen. Ich darf ein Auto checken. Der Besitzer weiß, wie es um die Qualität bestellt ist. Und das ist eine typische Win-Win-Situation. In diesem Sinne, danke fürs Zuschauen. Und bis zum nächsten Mal, wenn es wieder heißt Q-Check oder irgendwas anderes aus dem Material, was ich hier so für euch bereitstelle. Danke und Ciao. Ciao!